Alle, wir haben hier einen Foto. Zielperson in sich. Er wechselt das Magazin. Los, los! Das ist doch ganz schön. Du. Das ist doch ganz schön. Das ist doch. Das ist doch ganz schön. Sie ist weg. 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 Okay. Na los, Augen auf! Verstanden. Ich bin unterwegs. Na komm. Oh, was mache ich denn? Schwo. Ich wiederhole. Tote Person. Tote Person, ich wiederhole. Tote Person. Was? Tote Person? Tote Person? Scheiße! Okay Ach, schau! Ich sehe ihn auch nicht mehr! Wir haben ihn verloren! Wir haben Sichtkontakt mit dem Ziel! Hm! Stellung raus! Statt uns! Ich sehe ihn auch nicht mehr! Wo geht es hin? Geht hier hoch? Und dann? Verstehe ich nicht! Wo geht es hin? Ich muss die Wahrheit fallen lassen! Ich muss die Wahrheit fallen lassen! Cool! So meine kleine Freunde! Und dann? Wie kann ich die jetzt trotzdem loggen? Geht sonst im... Im Supermation! Bewegung! Ja, mach ich! Zentrale! Oh! Oh! Hier ist er! Oh! Ich bin ein Gemarae-meister! Und dann? Das war's zuvor im Sicherheitsfall! Entschuldigung, der ist hoch! Oh! Ich bin ein Gemarae-meister! Okay! ein kleiner weiser freund aber das mal auf eine ganz andere art gelöst zwar auch nicht gerade durch ruhe und gelassenheit aber alles gut das ziel ist doch so zentrale zentrale ok hier hier nö nö noch kommen immer doch die zumindest mit jawohl alles klar woher krass so wauw römer 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 klein samurais werd weissel na gut dann können wir ja des weges des weges richtige richtung gehen ich bin bei klein noch Samurai ich glaube ich sichtbar bewaffnete Kwebe ach guck zu hause das wusstest du Du bist ja wirklich niedlich. Du Mistkerl! Fass mich nicht an! Herr Glattmädchen, wie es aussieht, wirst du den ganzen Ärger wieren. Los, schafft's in den Helikopter! Hä? Wieso haut die nicht den hier drauf auf die Fresse? Und den und den und den und macht selber alles? Da kann ich aber wieder gehen, oder? Okay. Was? Pah, Kau-Dau-N Oh cool, ey Wie ein Spammkopf, muss ich sagen, ich hab ihn ja auch Die nächste hier, sind die Springladungen gelegt? Negativ, Sir, die Sicht nicht Hier war doch irgendwo einer Ich hab hier eine tote Person, mache mich genau Sprengladungen Hier drüben, beeilt euch Wir haben hier ein ernstes Problem Schickt Verstärkung und alle Leifensäcke, die ihr habt Na ja Warum geht er in diese Richtung? Hier gab es mehrere Zwischenfälle Ich denke, das ist kein Zufall Ich könnte im Nachhinein jetzt nicht mal wieder hier halt mal runterschießen können Ja Das ist ja los Besondert Was ist das? Hei, ich komme Ich komme Aber ich bin Fertig Ich komme Ich komme Ich komme Schau! Ich komm schon da rüber! Kommt der Axt! Das ist ein Bier! Alles, wo ich da wieder rauskomme? Das ist ein Bier! Was ist das jetzt? Scheiße, ich weiß nicht! Ah! Hm? Okay! Ging ja leicht! Tut mir leid! Jetzt bist du sicher! So gut! Vergib mir Lenny! Mein Geld! Ihr Geld! Hier haben sie es! Na komm! Gehen wir! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Okay! 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 Wie? 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 Wie?